es ist so heiß hier seitdem ihr da seid so ein wahnsinn willkommen in der okay nein das habe ich gerade wieder verworfen hallo liebe katzenpopurianer gemeinde ich hoffe es geht ihnen gut so was machen wir denn heute heute machen wir ein make up zum thema lavawesen ich habe keine ahnung was ich mir darunter vorstelle ich habe nur also ich habe so eine ungefähre idee habe ich natürlich schon ich glaube das wird auch sehr cool aber ich weiß noch nicht so genau was am ende rauskommt aber das ist ja meistens nur ich habe nur eine sache die ich unbedingt haben möchte und das sind diese kontaktlinsen die ziehe ich gleich dann an wenn ich fertig geschminkt habe und dann werde ich ein lavawesen wie so ein ich stelle mir das vor wie so ein wie so ein superheld der die aus lavabesteht oder so irgendwie sowas lange wieder wie immer mit den augen an nee ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Wie leuchtend! Ich liebe diese Palette! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, ich wäre jetzt auch fertig, ne? Ich wäre fertig jetzt. So. Okay, ich mache mal kurz alle... Ach ne, Moment. Ich muss doch die Kontaktlinsen anziehen. Wir müssen doch noch die Kontaktlinsen anziehen, Leute. Machen Sie es doch erst aus. Am Anfang sieht es immer erst mal komisch aus, wenn man anfängt. Und das wird erst später immer gut. Also ich sage es nochmal, Leute. Bevor ihr in der Kontaktlinsen reinmacht, wascht euch die Hände und macht es nicht wie ich. Gebt nicht mit den ungewaschenen Fingern in die Augen. Das ist keine gute Idee. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich muss kurz das Mikro ein bisschen wegschieben. Erst Hand mit Wodka, dann Hand in Auge. Erst Hand mit Wodka, dann in Auge. Nun. So, dann kommst du der Hölle nie wieder. Danke, verandert die Garten. Hey! Yippie! Ich bin heißer als Lava, geschmolzener Stein. Du willst es noch heißer? Abonnier mit Twitch Prime! Hey! Anilu! 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 The stream! The stream is on fire! Oh mein Gott, ey! Jetzt machen wir hier voll die Party! Jetzt machen wir hier voll die Party! Die the のは liebues! Untertitelung des ZDF, 2020